Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge im Petto, ein ganz besonderes Thema im Petto und auch einen ganz besonderen Gast hier bei uns, nämlich Manuel. Hallo Manuel, schön, dass du da bist und schön, dass wir jetzt alle hier uns zusammen über ein sehr, sehr interessantes Thema unterhalten. Hallo, freut mich auch, hier zu sein. Ja, Julio, magst du uns vielleicht mal verraten, worum es denn heute geht? Wir haben das Thema, glaube ich, in einigen Folgen ein bisschen angeteasert, ein bisschen gestreift, aber wir haben uns noch nicht inhaltlich und in die Gedankenwelt dieses Themas eingearbeitet. Und erzähl doch mal, worum geht es denn heute? Ja, heute geht es um die Freimaurerei. Und ja, wir hatten die letzten Wochen die Freude, uns bei der Recherche da ein bisschen durchzulesen. Und für mich hat sich also eine ganz neue Welt ergeben. Ich habe ganz neue Einsichten bekommen irgendwie zum Thema Freimaurerei. Ich hatte, muss ich sagen, ein durchaus diffuses Bild. Und ich denke, dass vielen unserer Hörerinnen auch so geht, dass wenn man Freimaurerei hört, man an so ein paar vage Verschwörungstheorien denkt, so ein paar vage Symbole in Erinnerung hat an die Dollarnote und wenig mehr sich tatsächlich an substanziellem Wissen irgendwie einen eröffnet. Und auch was bei der Recherche spannend war, ist, je mehr unterschiedliche Berichte und Texte zur Freimaurerei man liest, desto mehr Eindrücke, desto mehr Meinungen bekommt man. Also ich habe zum Ursprung der Freimaurerei so viele unterschiedliche Meinungen gelesen, dass ich mich sehr freue, dass wir heute mal einen echten Experten bei uns haben, der uns ein bisschen helfen kann. Und was verbindet dich denn mit der Freimaurerei, Manuel? Du bist der perfekte Kandidat dafür, finde ich. Ja, hoffentlich, wobei natürlich verstärkt eher die deutsche Freimaurerei mein Thema ist oder die Freimaurerei in Deutschland. Was verbindet mich mit der Freimaurerei? Ich habe dazu, also ich habe Geschichte studiert, Geschichte und Englisch und ich habe schon während des Studiums mich dann sehr für die Geschichte der Freimaurerei zu interessieren begonnen, hatte auch bei einem Professor an dem Lehrstuhl als Hilfskraft arbeiten dürfen, der selbst so zur Aufklärung, Aufklärungszeit geforscht hat und da auch mit Freimaurerei in Berührung kam. Und bei denen habe ich dann meine damals Zulassungsarbeit zum Staatsexamen noch geschrieben über die Geschichte einer Nürnberger Freimaurerloge. Und das hat mir direkt so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache den Umweg, ich gehe nicht direkt ins Lehramt, ich habe Lehramt studiert, sondern möchte das noch weiterverfolgen, das Thema und bin dann bei einem Professor, bei Uwe Puschner in Berlin gelandet und habe bei ihm das Glück gehabt, probieren zu können, zur Geschichte der deutschen Freimaurerei. Und du warst so freundlich, uns deine Dissertation auch zur Recherche zur Verfügung zu stellen, was unglaublich bereichernd war, also auch mal eine wissenschaftliche Arbeit über die Freimaurerei zu lesen und nicht nur so halbgare Verschwörungstheorien. In unserem Podcast haben wir das Thema schon öfter gestreift und haben auch über Freimaurer gesprochen, da waren einige, die die Freimaurerei nicht gerade im besten Licht haben stehen lassen. Also da waren Rudolf von Sebottendorf, Guido von Liss und Jörg Lanz von Liebenfels und Samuel Hahnemann hatten wir auch noch. Stimmt. Der aus anderen Gründen, ja. Und wir haben über eine postfaschistische Freimaurerloge in Italien gesprochen, die P2-Loge, in der Folge über die neue germanische Medizin und ich glaube, in der Folge hast du auch, nach der Folge hast du auch Kontakt zu uns aufgenommen und hast gemeint, dass es ein super interessantes Thema ist, dass du dich damit befasst, dass du deine Dissertation geschrieben hast und Jojo hat direkt den Braten gerochen und dachte, komm, Manuel, den laden wir jetzt mal ein. Das wäre doch super, wenn da wirklich mal ein Experte darüber reden könnte, was denn die Freimaurerei ist, wie sie sich entwickelt hat und woher denn auch die ganzen Verschwörungstheorien kommen, die mit der Freimaurerei zu tun haben und die die Freimaurer irgendwie in dieses dunkle Konglomerat aus, also Juden, Freimaurer, Jesuiten und die Sozialisten, die werden immer zu so einem Konglomerat des Bösen verschmolzen. Verschwörungsbingo, wie ich es gerne nenne. Es gibt fast keine Verschwörungstheorie, in der nicht irgendjemand auf die Idee kommt, auch noch die Freimaurer reinzuwerfen. Und die Vorstellungen, die in diesen Verschwörungstheorien verbreitet werden, haben natürlich nichts mit der Realität der Freimaurerei zu tun. Eine Quelle ist natürlich auch noch so die ganzen Dan-Brown-Romane, die haben wir auch über die Illuminaten und über die Freimaurer geschrieben und das hat alles immer so den Charakter einer verschworenen und verschwiegenen Gemeinschaft, die abseits von offiziellen und öffentlichen Plätzen, Räumen und Kanälen kommunizieren. Und naja, alles, was die Leute eben nicht kennen und was eben ja nicht so auch an die Öffentlichkeit dringt, das gibt natürlich auch immer Anlass dazu, darüber nachzudenken und Verschwörungstheorien zu schmieden, was denn da eigentlich stattfinden könnte in diesen scheinbaren geheimen Treffen. Genau, und deswegen soll es heute so um drei grobe Teile gehen, für unsere Hörerinnen schon mal als kleiner Vorgriff. Wir wollen uns am Anfang ein bisschen mit den Ursprüngen der Freimaurerei beschäftigen. Was ist das überhaupt? Worüber reden wir? Was ist denn überhaupt der Gegenstand unserer Betrachtung heute? Und das so ein bisschen aus dem Nebulösen vielleicht herauslösen, im Idealfall. Und dann im zweiten Teil hatten wir uns überlegt, dass wir dann über das Hauptthema der Dissertation reden, nämlich so die deutsche Freimaurerei, auch gerade im 19., 18., 19. und dann frühen 20. Jahrhundert, wenn ich das so zu den weiten Überschlag wagen darf. Und dann, wie im letzten Teil, uns eben ganz konkret mit Antimasonismus und den Verschwörungstheorien beschäftigen, die es eben gibt und die unser popkulturelles Bild der Freimaurerei, glaube ich, enorm prägen und eben in Romanen und Serien und sonst wo auftauchen. Genau, deswegen wollten wir mal vorne einsteigen. Gleich anfangen, in vorne das Programm, genau. Ähm, ja, genau. Schiff, schiff, schiff. Also, wenn dir, bevor wir jetzt in so historische Ursprünge einsteigen, könntest du so zwei, drei Sätze dazu sagen, wie du jetzt knapp, nachdem du mehrere Wunderzeiten über die deutsche Freimaurerei geschrieben hast, quasi die große Herausforderung, wie würdest du die Freimaurerei knapp umreißen, jemandem, der davon noch nie gehört hat, der da gar keinen Bezugspunkt zu hat? Was ist das? Ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich die schwierigste Frage, weil, ich meine, ihr kennt jetzt meine Arbeit, ich da über viele hundert Zeiten eigentlich versuche zu argumentieren, dass es die eine Freimaurerei ja gar nicht gibt, sondern dass das so ausfasert in ganz vielen verschiedenen Traditionen. Aber wenn man es jetzt versuchen wollte, auf einen Nenner zu bringen, von dem man dann aus mal die verschiedenen Stränge verfolgen kann, dann würde ich sagen, die Freimaurerei grundsätzlich ist mal eine Art Gesellschaft oder so, ist die ein Verein, also auch rechtlich heutzutage in Deutschland als Verein organisiert, ein Zusammenschluss von Menschen, ursprünglich im 18. Jahrhundert und früher tatsächlich ausschließt sich Männer, die sich zusammentun und in einer geschlossenen Gesellschaft, also so ein Stück weit stimmt das mit der Geheimnistuerei, im Privaten zusammenarbeiten, zusammenphilosophieren, nachdenken über die Welt und auch tatsächlich Rituale bearbeiten, Ritualen folgen, die ihnen im Jahr, da fängt es dann an, die ganz unterschiedlichen Auslegungen in irgendeiner Art und Weise, seelisch, psychologisch, metaphysisch irgendeine Erfüllung geben. Und im Idealfall ihnen hilft, das ist zumindest immer so die Selbstbeschreibung der Freimaurerei, ihnen hilft, ein besserer, nicht vollkommener, sondern besser ausgeprägter Mensch zu sein. Was ich an deiner Dissertation auch so faszinierend fand, ist, dass du eben nicht den Blick von außen auf die Freimaurerei geworfen hast, sondern wirklich Selbstbeschreibungen und diese Aushandlungsprozesse innerhalb der verschiedenen Freimaurerlogen und Verbände herausgearbeitet hast und gezeigt hast, wie sich auch das eigene Bild, was denn dort eigentlich stattfindet, was die Freimaurerei sein soll und was denn das Ziel ist, dass du das super herausgearbeitet hast. Und diese auch Verschiebungen über die Jahrhunderte hinweg, die ja auch, also die Freimaurerei steht ja nicht im luftleeren Raum, sondern war auch immer geprägt von den gesellschaftlichen Bewegungen, von den gesellschaftlichen und philosophischen Strömungen, die zu deiner Zeit existiert haben. Und dass es keine Freimaurerei an sich gibt oder die Freimaurerei, sondern eigentlich ganz viele Freimaurereien, ist natürlich auch wichtig, sich das im Gedächtnis zu behalten, wenn wir hier über die Freimaurerei reden. Es gibt ja auch internationale Logen. Es gibt in jedem Land fast eine Loge, eine Großloge auch oder verschiedene Organisationen, unter denen sich Freimaurer und Freimaurerinnen zusammentun. Und ein Zitat, das auch, glaube ich, auf dem Cover schon steht, heißt ja, die Freimaurerei hat kein Geheimnis, sondern sie ist ein Geheimnis. Genau, das ist so ein Bon mot, das Freimaurer selbst im 19. Jahrhundert über ihren Verein pflegten. Und genau das, das steht ziemlich weit vorne in meinem Buch, weil ich finde, das bringt es sehr gut auf den Punkt, was einerseits die Schwierigkeit, aber andererseits auch die Faszination des Themas ist, wenn man sich dem so nährt, herauszufinden, was die Freimaurerei ist. Mir war wichtig, wie du gerade gesagt hast, die Selbstbeschreibungen zu nehmen und auch aufzuzeigen, inwiefern die voneinander abweichen, inwiefern sie vielleicht überlappen und inwiefern sich dann aus den Versuchen da auf einen gemeinsamen Ende zu kommen, weil dem Ideal nach verstehen sich Freimaurer alle als quasi einer gemeinsamen Idee verpflichtet oder einer gemeinsamen Organisation zugehörig, die dann nur in verschiedene kleine Ortsverbände, könnte man sagen, oder Landesverbände aufgeteilt sind. Und zu zeigen, dass diese Idee zwar vielleicht nachheriges Ideal sein mag, aber mit der Realität nicht viel zu tun hat, war deswegen wichtig, weil auch Freimaurer selbst auch heute noch, ich würde fast sagen, nicht unbedingt weniger Mythen über die Freimaurerei anhängen als die mehr oder weniger interessierte Öffentlichkeit. Das sind vielleicht andere Mythen, denen die Freimaurer dann anhängen. Die glauben vielleicht weniger daran, dass sie die Weltverschwörung betreiben oder nach der Macht streben. Aber auch da sind sehr unterschiedliche Vorstellungen über Geschichte und Ursprung und Bedeutung der Freimaurerei vorhanden. Und eben immer wieder diese Vorstellung, es gibt diese eine Essenz, die alle Freimaurer auf der Welt verbindet oder die die Freimaurerei per se ausmacht. Und das geht natürlich dann ganz oft in der Geschichte auch einher mit Ausschließungstendenzen für abweichende Freimaurer Traditionen. Ja, das ist das alte Problem, das eben, also im Endeffekt, was du geschrieben hast, gerade trifft ja genauso auf die meisten Weltreligionen zu oder auch auf, eigentlich passt alle, ja, so, ne, Philosophien oder so. Man hat auch nicht den einen Buddhismus, es gibt, ne, auch wenn alle Christen quasi sich irgendwie einer Gemeinschaft zugehörig sehen und sagen, wir sind doch alle irgendwie Christen, gibt es ja, ne, in jeder Gemeinde eine eigene Ausprägung, was dort genau gelehrt wird, ne, und die ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Man kann einfach ja über Jahrhunderte auch nicht bei so einem losen Verband von Vereinen dazu sorgen, dass alle genau das Gleiche denken. So funktioniert der Mensch ja auch nicht, ne. Und, ja, wir, ich denke, wenn wir uns die Geschichte angucken, wird auch noch ein bisschen klarer, warum das irgendwie auch in der Struktur der Freimaurerei selber angelegt ist. Also, wenn wir so ein bisschen in die Anfänge gleich jetzt zurückgehen, dann macht sowohl die Mythenbildung der Freimaurer über sich selbst, finde ich, mehr Sinn, als auch die externe Mythenbildung über die Freimaurer aufgrund der geschlossenen Gesellschaft, die du schon erwähnt hast, ne. Genau. Wie, wie ging das denn los? Wo, wo fängt es denn eigentlich an? Also, und da gibt es, glaube ich, so eine mythologische Ebene und es gibt so ein bisschen eine geschichtswissenschaftliche Ebene und ich finde beide extrem spannend. Mit welcher wollen wir anfangen? Also, erst die mythologische oder erst die geschichtswissenschaftliche? Ich will mal versuchen, beide einigermaßen verschränkt miteinander zu behandeln, weil wie so oft in der Geschichtswissenschaft hat man gar nicht so klar voneinander das getrennt vor sich liegen, sondern muss dann versuchen, erst mal die Stränge auseinander aufzudröseln. Oder fangen wir vielleicht so an. Also, die meisten seriösen Forscher gehen heute davon aus und mit gutem Grund, dass die Freimaurerei örtlich gesehen auf den britischen Inseln ihren Ausgangspunkt nimmt. Also, das, was wir heute als Freimaurerei haben, steht in einer Tradition zu Verbänden, die auf den britischen Inseln entstehen. Es gibt dort tatsächlich einen sehr, ja nicht angespannten, aber sehr eifrig ausgefochtenen Kampf zwischen zwei Schulen. Die einen sagen, es beginnt in Schottland und die anderen sagen, naja, streng genommen beginnt das in England. Da müssen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Britische Inseln nehmen wir einfach mal so hin. Und dann wird auch heute noch sichtbar in den Symbolen, in den Ritualen, in der Mode und in der Sprache, in den Begriffen der Freimaurerei selbst, dass es irgendeine Art Bezug wohl zu geben scheint, ob mythisch oder historisch ist dann die Frage, zum Bauhandwerk beziehungsweise zum Maurerhandwerk. Das steckt ja im Namen der Freimaurer. Aber da kommen wir dann schon an die ersten Schwierigkeiten. Denn Bauhandwerk, Maurerhandwerk, all diese Dinge, die sind nicht nur auf den britischen Inseln europaweit im Mittelalter und auch davor schon, natürlich haben die eine gewisse Art der Organisation. Also wir wissen, die Bauhütten, die an Domen oder bei Kirchenbauten waren und dort Facharbeiter, letztlich ja ausgebildete Steinmetze, die daran arbeiteten, die haben sich natürlich auch im Mittelalter schon eine gewisse Organisationsstruktur gegeben. Und noch eine Sache, im Mittelalter ist natürlich viel weniger als heute in der Moderne, so eine Trennung zwischen einer religiösen und einer säkularen Sphäre. Das heißt, diese Organisationsform, die war von Anfang an im Mittelalter natürlich auch durchdrungen von metaphysischen, religiösen Vorstellungen und Symbolen, Schutzheilige etc. Das ist aber nichts Besonderes. Das haben alle Handwerksverbände der damaligen Zeit. Und jetzt haben wir diese Art von, ja, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne, Baubruderschaften, Bauhandwerksgemeinschaften in Frankreich, die Compagnonage in Deutschland, die Steinmetzgilden und Steinmetzbruderschaften. Und eben auch auf den britischen Inseln. Und dort beginnt jetzt ein Prozess, so in der frühen Neuzeit, so 16., 16. Frühjahr, 17. Jahrhundert vermutlich, dass immer mehr Nicht-Handwerker in diese Organisationen, in der Bauhandwerker mit Eintrieb und mit aufgenommen werden. Die Gründe dafür, da gibt es eine große Debatte drum. Aber das, dem so ist, das scheint sicher. Und entsprechend entwickelt sich auch innerhalb der Logen so eine gewisse Unterscheidung zwischen operativen Mauern, also den Handwerkern und den spekulativen Mauern, die da sind und die Rituale mitmachen und dann die gleichen Pflichten gebunden sind, Verschwiegenheit etc., die aber gar nicht dort sind wegen des Bauhandwerks, sondern zunehmend mutmaßlich dann eben tatsächlich wegen des Rahmens, wegen der Rituale, der Symbole und so weiter und die mit Bedeutung für sich füllen oder Bedeutung für sich darin sehen. Und das nimmt immer weiter zu, bis dann der Beginn der modernen Schreimaugerei, sagt man heute oft, um 1717 in London tatsächlich stattfindet. Da schließen sich vier Logen zusammen. Also da sehen wir auch, es gab auf jeden Fall vor 1717 schon Schreimauger-Logen dort. Die schließen sich zusammen und bilden, was sie damals in eine Großloge. Das ist jetzt nicht genau das Gleiche, was wir heute mit Großloge haben, kein Dachverband im eigentlichen Sinne, sondern sie treffen sich regelmäßig, um quasi übergreifend über diese vier Einzelverbände gewisse Dinge zu regeln. Und auch da gab es in den letzten Jahren eine Debatte, ob das 1717 das Datum stimmt oder ob das ein paar Jahre später in den 1720ern stattfindet. Auch da würde ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Ich finde, auf die paar Jahre kommt es für unsere Zwecke jetzt gar nicht an. Aber das wird dann häufig als der Beginn der modernen Schreimaurerei gesehen. Die erste Großloge im Sinne eines organisatorischen Zusammenschlusses mehrerer Einzelverbände von Freimorgern entsteht in London und breitet sich von dort aus dann schnell aus. Und sehr früh im 18. Jahrhundert dann auch auf den europäischen Kontinent und natürlich in die britischen Kolonien. Und dann in den 1730er Jahren kommt es dann auch zu den ersten Logengründungen im deutschsprachigen Raum, also damals natürlich noch im Heiligen Röbischen Reich. Und die erste, zumindest die erste gesicherte derartige Logengründung aufs deutschsprachigen Gebiet ist in Hamburg. Die Loge, die heute noch existiert, heute mit dem Namen Absalom. 1700, ich glaube 37. Und das war jetzt quasi die geschichtswissenschaftliche Ebene, wobei man hat gesehen durch die ganzen vielen, könnte vielleicht, man weiß nicht genau, die ich da eingefügt habe, dass das teilweise trotzdem noch dunkel ist oder umstritten. Aber was du wahrscheinlich gewahrt hast mit der mythischen oder mythologischen Ebene, das sind dann so Geschichten wie die Freimorger stammen von den Pyramidenbauern ab oder die Freimorger stammen von den Kreuzrittern beziehungsweise dem Templerorden ab, ganz beliebt. Und es gibt noch viele exotischer, die heute in Vergessheit geraten sind und nicht mehr so viele Anhänger haben. Thomas Paine, der berühmte Thomas Paine von Common Sense, amerikanische Revolution, hat zum Beispiel auch geschrieben über die Freimorger. Und er hat vermutet, dass die Freimorger von Druidenbruderschaften der Kelten abstammen würden. Oder wir hatten ja vorhin schon so ein paar illustre Gestalten aus der Völkischen Bewegung erwähnt. Guido von Liszt, der selbst übrigens auch Freimaurer war, der stellte dann gedanklich eine Verbindung her zwischen den Freimaurerlogen und den von ihm postulierten arischen, urvölkischen, esoterischen Bruderschaften. Ja, und... In Armanen, der Armanenschaft. Genau, die Armanenschaft der Ariogermanen, das ist das Buch, in dem er das so ausführt. Und da sieht man auch, dass Freimaurer selbst oft gar nicht die besten Geschichtsschreiber ihrer eigenen Zunft sind. Also das Interesse daran, wo man herkommt, im historischen Sinne, nicht in dem mythologischen Sinne, das kommt auch erst später auf. Da sieht man auch, dass die Freimaurerei selbst als Institution, als Ideengebäude vielleicht im weitesten Sinne älter ist, weil auch in der ersten Verfassung der Großloge, die 1717 in London eben entsteht, da haben wir zwar eine Geschichte der Zunft oder der Freimaurerei, aber das ist eindeutig auch geschrieben als eine Mythohistorie. Das ist nicht, die hat nicht den Anspruch, wirklich die Historie im modernen Sinne darzulegen, sondern da geht es dann, da geht es bis in biblische Zeiten zurück. Und das ist eindeutig natürlich dem Geist der Zeit geschuldet und die Entstehung in der modernen Geschichtswissenschaft, die liegt ja dann erst danach. Da habe ich jetzt auch daran gedacht, also die Geschichten vom Bau des Tempels Salomon eben, der damals schon quasi die Struktur der Freimaurerei vorgegeben hat und noch davor die Söhne Noas, die eben das Bauhandwerk bekommen haben, irgendwie als göttliche Weisheit und dann diese, gab es so zwei Stelen, da gibt es ganz viele Varianten davon, aber es gibt eben die Variante, die es bis in die vorsintflutliche Zeit quasi zurückverfolgt und wie das Wissen über die Sintflut geettet wurde und dann von Hermes Trismagistus und Pythagoras, quasi zwei auch Religionsgründer auf ihre Art jeweils zu Pythagoras und seiner komischen Sekte, müssen wir auch auf jeden Fall machen, eine Folge machen. Der Mann hat auf jeden Fall weniger mathematische Sachen entdeckt und mehr Buddhismus verbreitet, als man so glaubt. Genau, aber und das dann eben über Euglied und wie auch immer weitergeliefert wurde und ich fand das ganz spannend bei der Recherche, weil diese Steinmetze sich natürlich auch fragwürdig, wie jetzt der korrekte Zusammenhang zwischen den ersten Logen, die dann im modernen Stile irgendwie organisiert sind und diesen Bauhütten, wie fraglich der auch sein mag, es macht irgendwie für mich Sinn, dass man sich diese Baumeister ausgesucht hat als eine besondere Gruppe in der mittelalterlichen Ständegesellschaft quasi, die eben auf eine eigene Art und Weise außerhalb der Kirche geheimes Wissen zu haben scheinen, die eben auf diese geometrischen Traditionen zurückgreifen müssen für ihre Arbeit und die damit so eine Art Verbindung in die Geometrie und die Antike haben, die den anderen irgendwie verwirrt bleibt, weil es auf einer nicht christlichen Ebene irgendwie stattfindet. Also natürlich findet das im Mittelalter auf einer christianisierten Ebene statt, aber das eigentliche Wissen wurde von vorchristlichen Denkern ja irgendwie die Grundlagen dafür gelegt und als Baumeister ist man von Ort zu Ort gezogen, man war nicht so ortsgebunden, man hatte nicht seinen lokalen Workshop irgendwo und hat dann da die Kathedralen gebaut, sondern man ist halt dorthin gezogen, wo gerade eine Großbaustelle war in Europa, wo die Arbeit gebraucht wurde, war dementsprechend oft der Fremde oder eine Ansammlung von Fremden an einem Ort und in unserer Folge zum Hexenhammer haben wir schon mal behandelt, wie das Mittelalter oder in der frühen Neuzeit dann mitunter läuft, wenn man quasi als Fremder irgendwo hinkommt und dann läuft was Schlechtes. Also wenn du der Einzige von nicht dort Stammende bist, der an der Kathedrale arbeitet mit den anderen und dann ist eine Missernte, ist nicht gut für dich, willst du nicht erleben, den Winter. Und dass es da eben so eine gewisse Prädisposition gab, dieser Maurer gilt aufgrund des oft oral übergebenen Geheimwissens zu Geometrie und zu Bau, was ja auch so eine Art Geschäftsgeheimnis war. Das kann man auch nicht allen erzählen, das muss ja auch behütet werden, das ist die Basis des eigenen Einkommens. Ja, das ist so, fand ich, einen interessanten Punkt. Ja, also du sprichst ganz viele wichtige Punkte an. Ich schlage mir jetzt hier vor die Stirn, dass ich natürlich Salomon und den Tempel Salomus vorher nicht erwähnt hatte, weil das ja, man könnte so sagen, einer der zentralen Mythen der Freimaurerei selbst ist, ganz wichtig für die Symbolik und die Rituale der Freimaurerei, also der modernen, der heutigen Freimaurerei. Man sieht sich da tatsächlich eben wieder mindestens mythologisch in der Tradition der Bauer des Salomonischen Tempels, der im Alten Testament genannt wird und baut auch symbolisch an dem Tempel Salomus weiter, wie das dann interpretiert wird, was das heißen soll. Das sind dann die ganzen Deutungskämpfe. Und was du noch gesagt hast zu den umherziehenden Bauhandwerkern des Mittelalters, unabhängig davon, wie groß jetzt da die Verbindung von den alten Traditionen zum modernen Freimaurerei sein mögen, ist das tatsächlich eine ganz spannende Sache, was für eine Mobilität es da gab. Also französische Baumeister in England, englische Baumeister im heutigen Gebiet Deutschland, Österreich. Also wirklich ein wahnsinniges interkulturelles Gemisch, was da auf diesen Großbaustellen geherrscht haben muss. Und genau, das Geschäftsgeheimnis sozusagen, und das dort weitergegeben wird. Und da finde ich auch ganz spannend, dass etymologisch zum Beispiel ein Mystery vom Französisch oder mit dem französischen Wort Metier zusammenhängt, was wir ja im Deutschen auch haben. Das Metier eines Handwerkers ist ja quasi sein fachliches Wissen. Und da sehen wir auch, dass die Maurerei tatsächlich ein Geheimnis ist, nämlich eben das fachliche Wissen des Mauerns, beziehungsweise im Fall der mittelalterlichen Steinmetze geht es da weniger darum, irgendeine Mauer einfach hochzuziehen, wie so ein tatsächlich Kunsthandwerk und Statik und all solche, ja, eben wahnsinniges fachliches Wissen. Architektur. Architektur. Bauingenieurswesen, Architektur im heutigen Sinn. Genau. Genau, ja, und so kann man auch sich erklären, eben mit dem salobodischen Tempel, der in den Ritualen eine riesige Rolle spielt und für die Symbolik bedeutend ist, dass eben viele Gründungsmythen entstehen. Ich hatte ja auch die Tempelritter genannt. Auch da gibt es eben Ritualtraditionen, die im 18. Jahrhundert teilweise schon entstehen und dann verstärkt, insbesondere im 19. Jahrhundert, doch ausgebaut werden, die dann Bezug nehmen auf die, also zuerst heißt es auf die Kreuzfahrer und dann wird es später eben spezifiziert, die Tempelritter, sodass dann natürlich sehr schnell der Mythos sich verbreitet, dass die Freimaurer irgendwie ein Überbleibsel im Untergrund erhaltenes Überbleibsel des Templerordens sei. Und da gab es ja sogar so prägende Freimaurerfiguren wie Von Hund. Ich habe den kompletten Namen jetzt, der hat einen sehr schönen, komplexen aristokratischen Namen, den ich jetzt hier, Karl Gotthel von Hund und Alten Grotkau. Mimi hat besondere Freude an aristokratischen Namen, deswegen muss ich hier die absurdesten Namen, die mir unterkommen, auch erwähnen im Podcast. Der hat ja tatsächlich unter anderem selber geglaubt, dass er Abgesandter eines neu gegründeten Templerordens war und war gleichzeitig extrem einflussreich auf die deutsche Freimaurerei. Also es gab ja immer wieder auch so Anknüpfungspunkte, personelle Anknüpfungspunkte, sage ich mal, wo Leute da vielleicht auch selber geglaubt haben, also diese Selbstmythologisierung. Ja, ja, ganz viel. Also ich glaube, dass da ganz viele, die heute teilweise dann auch innerhalb der Freimaurerei verächtlich gemacht werden, also das sind doch Betrüger und so weiter, dass die im strengen Sinne keine Betrüger waren, sondern vielleicht, wenn, dann selbst Betrogene, wenn man überhaupt so weit gehen wollen würde. Und bestes Beispiel ist eben der von dir genannte Baron Freiherr von Hund, der, ich glaube, in Frankreich in irgendeine Hochgradloge aufgenommen wurde und dort dann einen Freimaurer Rittertitel verliehen bekommen hat und wohl ein Patent dafür, dieses Hochgratsystem auch in deutschen Landen verbreiten zu dürfen und der wirklich davon ausging, es gibt die geheimen Oberen, die über diesen Ritterraum stehen, die die wahren Geheimnisse der Freimaurerei kennen und hüten und das dann verbreitet und eben bis heute ganz einflussreich in deutschen Landen, aber vor allem auch in Frankreich ist, das System, das er damals entforschen hat oder das er verbreitet hat, wenn man so will, das der sogenannten strikten Observanz, so wird das heute genannt, das besteht in Deutschland, soweit ich weiß, nicht mehr, aber in Frankreich gibt es wohl noch Ableger davon und mindestens hat es sehr viel Einfluss gehabt auf andere Hochgratsysteme, also wo es dann über die drei Stufen, die heute so die Basis der Freimaurerei bilden, hinausgehen, wo dann ganz viel noch mit Templer und Ritter, Mystik und Esoterik zu tun hat. Und dieser Punkt, dieser Mysterien und dieser, also dass die Maurer-Gilden schon sowieso so ein bisschen diesen Geheimwissen-Touch aus dem Mittelalter hatten und dann, wenn wir jetzt diese ganzen spannenden Geschichten über den Tempel Salomons hören und über die Tempelritter und so, dann würde ich auf den Punkt mit den spekulativen Mitgliedern nochmal zurückkommen, nämlich diesen Extrem, den ich bei der Recherche extrem entspannt fand, diesen Punkt, wo wir vielleicht irgendwie diesen Übergangspunkt haben zwischen einer Gilde auf eine Art, also einem Arbeitsbund, einem Männerbund, wie du es genannt hast, irgendwie, und so eine Art Verein, wo jeder Mitglied werden darf, um eben Mitgliedsbeiträge zu zahlen und irgendwo habe ich gelesen gehabt, dass es daran lag, dass es da weniger Kirchenbauprojekte gab und sich die Vereine anders nicht mehr hätten weiterfinanzieren können. Das klingt natürlich erst mal einleuchten, dann öffnet man die Mitgliederschaft und dann dürfen jetzt eben, was mir da eingefallen ist, viele von uns sind ja heute Mitglieder zum Beispiel bei der Technikerkrankenkasse und sind keine Techniker mehr und vor ein paar Jahren war das ja noch gebunden an deinen tatsächlichen Job, dass nur Leute, die im Handwerk gearbeitet haben in der Technikerkrankenkasse waren, also dieser Schritt der Öffnung der Krankenkassen über die Gilden hinweg quasi, war für mich da so eine ganz gute Analogie, um mir das selber begreifbar zu machen, dann kannst du auf einmal eben auch Mitglied in der Freimaurerloge werden, auch wenn du kein Freimaurer bist und was das natürlich extrem anziehend macht, warum ich vielleicht eher in eine Freimaurerloge, die ihre Mitgliedschaft öffnet, wie in eine Weber-Gilde oder so eintreten würde, ist natürlich diese ganze spannende Geschichte mit den Templern und die ganzen Sachen mit dem geheimen Wissen von Trism Augustus und der Sintflut und Salomon und so. Also das ist natürlich, das macht das Ganze natürlich extrem spannend und wenn es für mich heute funktioniert, mit all den Medien, die ich habe, wie spannend muss das für jemanden im 17. oder 18. also oder in der frühen Neuzeit gewesen sein? Ja, das ist, also das mit der Technikerkrankenkasse, finde ich, da triffst du den Nagel richtig auf den Kopf, das ist eine super Analogie, auch weil ja diese Bauhandwerksbruderschaften tatsächlich auch die soziale Fürsorge für ihre Mitglieder und deren Familien inne hatten. Also es gab ja damals noch kein Krankenkassenwesen, weder privat noch irgendwie gesetzlich und auch das mag eine Rolle gespielt haben, wie da die einzelnen Aspekte zu belichten sind. Rückgang von Bautätigkeit, Sakralbautätigkeit, soziale Versorgung und dann natürlich Mode, die aufkommt. Das wäre dann eine eigene Diskussion, was da jetzt schwerer gewogen hat. Es gibt auch die, finde ich, auch einleuchtende Theorie, ohne dass ich jetzt sage, oder Hypothese, ohne dass ich jetzt sagen könnte, wie viel dran ist, dass in England deswegen dann das so sei, oder auf dem britischen Indul sein, Ausgangspunkt nimmt, weil nach dem großen Feuer von 1600, weg von 60, glaube ich, so wahnsinnig viele Bauhandwerke aus ganz Europa vor Ort waren, um die Stadt wieder aufzubauen. Also auch das klingt erstmal einleuchtend. Ob es dann so gewesen sein mag, müsste jemand anders unterprüfen. Aber ganz viele Dinge spielen zusammen und ein wichtiger Aspekt, glaube ich, den es noch zu erwähnen gilt, weil auch für das Selbstbild der Freimaurer dann später bis heute wichtig wird, ist die Idee einer ständeübergreifenden Vergesellschaftung. Also wir haben ja trotzdem zu der Zeit, wo das Ganze entsteht, unseren Laufenden noch eine ständige Gesellschaft, also stratifiziert in verschiedene gesellschaftliche, ja Teilgesellschaften könnte man fast sagen, die alle nach ihren eigenen Rechten und Pflichten leben, also eine Gesellschaft von einer ganz tiefgreifenden Ungleichheit und sowas wie eine Zivilgesellschaft, wo sich Menschen auf Augenhöhe begegnen, die existiert in der Form ja gar nicht. Die existiert bestenfalls vielleicht dann in der Kirche, wieder so als imaginierte Gemeinschaft der Gläubigen, aber außerhalb davon nicht. Und das scheint dann was zu sein, was diese Freimaurerlogen unter anderem bieten können. Innerhalb der Loge sind alle zumindest nominell erst mal gleich, sind alle Brüder, Freimaurer und können sich dort begegnen. Auf Augenhöhe und vor allem auch in einem geschützten, im Sinne von vertraulichen Rahmen. Auch da sieht man interessant so die Begriffsgeschichte. Wenn wir heute sagen, eine geheime Gesellschaft, da denken wir eben an Verschwörungstheorien, Illuminati und so weiter, im Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts, heißt geheime Gesellschaft, das was wir heute als Privatgesellschaft, also als Verein, als Club sehen würden. Geheim ist dort eine private Sphäre vertraulich, aus der nichts nach außen dringt, die aber nicht nur die Familie ist, sondern eben auch quasi gewählte Verbindungen, Freundschaften und so weiter umfassend zu nennen. Und die englische Gesellschaft war ja auch, jetzt im Vergleich zu anderen europäischen Gesellschaften, zu der Zeit vielleicht prädestiniert dafür, solche Secret Societies eher zu dulden wie sonst wo. Also es gibt zum Beispiel aus dem vorrevolutionären Frankreich, also vor der französischen Revolution, so Aussprüche, wo das Louvre eröffnet wird. Und dann als frühes Kunstmuseum quasi noch zur Zeit, Louis des 14., 16. zu der Zeit, oh mein Gott, ich begebe mich in ganz gefährliche Wasser, auf jeden Fall Louvre. Und da wurde sich quasi auch ständeübergreifend begegnet, da konnte quasi der Aristokrat gemeinsam mit dem Arbeiter, konnten da hin und sich die Gemälde anschauen. Und da wurde dann danach drüber geredet, dass das wäre wie in England, dass sie sich gefühlt hätten wie in England. Also dass zu der Zeit schon in England natürlich mit seinen Revolutions, auch mit der, wie ist die Revolution in England? Die Glorious Revolution, die wir da schon früher haben und natürlich viel früher dann, wobei das natürlich keine Revolution im heutigen Sinne ist, aber die Maklerkarte, also wir haben eine sehr viel längere Tradition, das ist glaube ich, was du meinst, sehr viel längere Tradition von einem gewissen Liberalismus, der natürlich am Anfang noch weit entfernt ist von dem, was wir heute unter liberaler Gesellschaft verstehen, aber es entwickelt sich dort früher eine gewisse Idee von Gleichheit zumindest. Die Durchsetzung dauert dann natürlich immer und bis sie dann sich ausbreitet und immer mehr Gruppen der Gesellschaft umfasst. Aber die Idee ist sehr früh da, auch da könnte man sagen in Schottland, die Aufklärung hat ja in Schottland sehr früh ganz, ganz, ja, bunte Blüten getrieben und die Gedanken noch weiter ausformuliert und verfestigt. Und sicherlich insgesamt die Gesellschaftsstruktur in Großbritannien oder in England mit dem Gentry, dem nachsässigen Adel, der weit davon entfernt ist, die gleiche Art von Standesdünkel zu haben, wie auf dem europäischen Kontinent der Adel zu der Zeit 16. bis 17. bis 18. Jahrhundert, weil sie letztlich ja dann dafür zu ökonomisch und politisch zu schwach waren, unter anderem durch Magna Kata und Ähnliches, sodass sie dann mehr schon an sowas waren wie in dem Bürgertum und dadurch dann sich zu Beginn in diese Standesgrenzen zu verschwimmen schon. Vielleicht können wir in dem Kontext, gerade im Hinblick auf die Aufklärung, auch noch auf das Verhältnis zwischen Christentum, Religiosität und den Freimaurern zu sprechen kommen, weil das ja auch nicht immer ein einfaches Verhältnis war, das sich zwischen der institutionalisierten katholischen Kirche, dann auch den Reformbewegungen und der Freimaurerei entwickelt haben. Und oft hat man ja das Bild, dass mit der Aufklärung plötzlich alle Leute aufgehört haben, an Gott zu glauben. Und du hast in deinem Buch einen schönen Satz gehabt oder eine schöne Stelle, in der du beschrieben hast, dass nicht die Religion an sich weggefallen ist, sondern dass sich einfach eine extrem starke oder eine Religiosität eher ausgebildet hat, die eher auf persönlich, subjektiven, auch mystischen oder spirituellen Erfahrungen beruht hat, als auf diesen Dogmen der Kirche und dem starren Glauben. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und höre mir an, was der Pfarrer sagt, nehme das auf und das ist Religion. Also ein Übergang eher von der Religion hin zur Religiosität, die dann auch dazu geführt hat, dass nicht nur durch die soziale Mobilität, durch die Öffnung der Gesellschaft, durch die Ausbildung eines Bürgertums, die dazu geführt hat, dass eben auch so Organisationen wie die Freimaurerei möglich wurden, wo man sich in ingezwungenem Maße über bestimmte auch spirituelle Themen unterhalten konnte, ohne die Schelte oder die Inquisition zu fürchten zu müssen wegen Ketzerei oder sonstigen frevlerischen Ideen, die da vielleicht überreitet wurden. Genau, also das ist ein ganz, ganz heißes Eisen, was du ansprichst, auch wieder insbesondere heutzutage unter Freimaurern, ist die Religionsfrage nach wie vor die Gretchenfrage, inwiefern muss man religiös sein und was heißt das überhaupt, um Freimaurer sein zu können? Und genau, ich glaube, dass die Schwierigkeit, die sich dann in der freimaurischen Diskussion heutzutage widerspiegelt, genau darauf zurückgeht, dass Freimaurerei an so einem Übergang sich herausbildet. Also es kommt noch aus einer Welt, die in Freimaurer-Symbolen und Ritualen auch noch deutlich sichtbar ist. Eine Welt, die ganz fundamental von Religion geprägt war. Also es war überhaupt nicht denkbar, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht rundegebrochen, es war überhaupt nicht denkbar, eine Welt ohne Religion, eine Welt, in der man a-religiös ist oder atheistisch sogar ist, das war gar nicht vorstellbar. Das ganze Leben war nach Religion strukturiert und das bricht auf. Und zwar, wie du schon richtig gesagt hast, nicht in dem Sinne, dass die Aufklärung plötzlich alles beiseite wischt und jetzt ist Gott quasi in die Märchenbücher verbannt, sondern dass plötzlich ein anderes Nachteil über Religion möglich wird, dadurch, dass Religion eher in die Sphäre des Privaten getrennt wird. Vorher war es Public Good, das war die Basis, die alles strukturiert hat, also das gemeinsame Zusammenleben und auch Macht legitimiert hat. Und jetzt wird das zunehmend voneinander getrennt. Denn es gibt eine private Sphäre, in der ich als Individuum für mich und für mein Denken und für mein Handeln und Schülern und so weiter verantwortlich werde. Und dann stellt sich mir als Individuum die Frage nach dem Glauben und nach Religion eben ganz neu. Da muss ich einen persönlichen Bezug dazu finden. Und da sieht man auch, dass das natürlich auch mit so Dingen wie Reformation zu tun hat, aber ganz stark dann auch mit Aufklärungstheologie, also im 18. Jahrhundert. Und insbesondere im 19. Jahrhundert bildet sich dann diese Begrifflichkeit heraus. Religiosität ist ein Begriff der Feuer. Wenn er auftaucht, dann sicherlich nicht mit der gleichen Bedeutung. Es geht dann eben um dieses persönliche, innerliche Verhältnis zum Glauben. Ich stehe ich zu einzelnen Glaubensüberzeugungen und Vorstellungen. Und dann wird natürlich auch erst möglich, dass man sagt, also ich glaube grundsätzlich an Gott, aber ich glaube jetzt nicht an die Jungfrau, liebe Gott, meine Regen. Oder all solche Sachen. Der Deismus der Zeit, den wir dann ja viel von den Gründervätern in Amerika kennen, die dann auch wieder oft Freimaurer waren und so. Also ja, das ist quasi nicht der Schritt der Aufklärung oft direkt zum Atheismus, sondern oft ist es der Schritt eher zu einem philosophischen Deismus. Ganz genau. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich können das sehr viele sich gut besser vorstellen, wenn man sagt, Religiosität ist sowas wie das, was heute dann Spiritualität genannt wird. Ganz viele würden heute sagen, na, also ich glaube jetzt nicht an den christlichen Gott oder ich bin nicht in der Kirche, aber ich bin spirituell. Na, aber was meinen sie damit? Das ist halt total individuell. Ja, das ist so, wenn man es jetzt ein bisschen despektierlich sagen wollen würde, wäre das so, ja, der Selbstbaukasten der Religionen, wo sich jeder irgendwie da halt zusammenzimmert. Ein Baustein Buddhismus, ein Baustein New Age und ein bisschen noch christliche Präger. Aber, also das wäre jetzt die despektierliche Beschreibung. Grundsätzlich erstmal ist das dann jedem selbst überlassen, was er glaubt und wie er glaubt. Und das ist eben, Religiosität ist so der 19. Jahrhundert Begriff für Spiritualität. Und genau, und wie du gesagt hast, da der Rahmen innerhalb der Freimaurerlogen oder innerhalb vieler Freimaurerlogen, da geht es jetzt dann los, dass man anfangen muss zu unterscheiden, ganz deutlich, der Scheife geschaffen für diese neue Art von Religionsverständnis. Weil es gibt diese Symbole, die sehr viele aus der christlichen Tradition, aus Bibel etc. stammen. Aber ein Symbol muss immer interpretiert werden. Und die Interpretation ist immer zu einem großen Teil zumindest eine persönliche, individuelle Denkleistung. Und das entspricht dann genau dieses neuen Verständnis von Religion. Es gibt religiöse Symbole, religiöse Vorstellungen und wie ich die verstehe, wie ich mich dazu positioniere, das ist dann mir persönlich überlassen. Und in der Freimaurerei selbst haben wir dann sehr schnell eben Grabenkennstelle, die bis heute teilweise nachklingen zwischen Logen oder Logensystemen, die da die Zügel ein bisschen enger fassen, sage ich mal, oder ein bisschen engere Leitplanken dazu haben, was man glauben muss oder welche Glaubensgewissheiten man anerkennen muss und welche die das etwas liberaler im Sinne dieser Religiosität sehen. Es gibt, glaube ich, nämlich zum Beispiel das schwedische System, wo man christlich sein muss und auch, glaube ich, keine Frauen Mitglieder werden dürfen. Also da gibt es unterschiedliche Riten, der schwedische Ritus. Genau, der schwedische Ritus ist wahrscheinlich, dass mindestens in Europa das bekannt ist oder das wichtigste Beispiel, der schwedische Ritus ist eins dieser Hochgrad-Systeme, von denen wir es vorhin schon hatten, der also über die Drei-Grade der Freimaurerei, vielleicht nenne ich die einfach mal, wenn wir jetzt schon dauernd über Grade reden, Lerneng, Geselle und Meister, drei Stufen, wenn man so will, durch die man dann durch Einweihung und Ritualstufen hindurch geht. Und Hochgrad-Systeme bauen dann auf diesen drei Stufen noch weitere Stufen auf. Und das schwedische System, wenn ich jetzt nicht falsch liege, hat es, glaube ich, elf Stufen. Und es gibt noch die Variante des schwedischen Systems, die in Deutschland verbreitet ist bis heute. Das ist die große Landesloge der Freimaurer von Deutschland. Die hat ein zehnstufiges System. Und da ist der christliche Glaube oder das Bekenntnis zur Lehre Jesu Christus, so ist das heute, glaube ich, formuliert, Voraussetzung für die Mitgliedschaft, was auch dann mit den Inhalten dieser Hochgrade zu tun hat. Da geht es dann nämlich in die Richtung Tempel-Ritter-Systeme, also christliche Ritterorden, an denen man sich dann mehr oder weniger, also ein persönliches Bild von christlichen Ritterorden, an denen man sich orientiert, sagen wir es vielleicht so. Genau, und wenn man jetzt sagt, die Lehre Jesu Christi, was heißt denn das? Also da könnte man ja natürlich auch wieder 4000 Jahre theologische Diskussionen drüber führen. Und wenn ich das höre, als jemand, der mal ein paar Semester Theologie studiert hat, da habe ich aber direkt wieder Ansatzpunkte. Da kann man natürlich auch als hart sozialrevolutionärer Kommunist da hingehen und sagen, ich glaube aber an Engelsauslegung des frühen Christentums und könnte dann direkt eine neue Debatte starten. Ja, super spannend. Das mit den Riten müssen wir, glaube ich, noch mal ganz kurz und den Hörerinnen in einem Schritt weiter erklären, weil das ist so einer der Punkte, der bei vielen Leuten, die von außen auf die Freimaurerei schauen, zu dieser Verwirrung führt auch. Es gibt dann Rituale und es gibt Ränge und die sind ganz unterschiedlich, je nachdem welches System der lokale Freimaurerbund oder Verein quasi angehört. Die Lose, ist das richtige Wort? Und für Außenstehende wirkt das jetzt erst mal sehr uneinsichtig. Wenn man zum Beispiel in der christlichen Kirche ist, dann hat man die Taufe und die Reformation als zwei Rituale, die man quasi in der Gemeinschaft durchführt, als kleinen Vergleichspunkt vielleicht. Die Reformation macht man auch noch einmal durch. Genau, ja, also ganz wichtiger Punkt. Ich glaube auch, das macht Sinn, wenn wir da ein paar Sätze zu verlieren, generell vielleicht zum strukturellen Aufbau der Freimaurerei. Jetzt haben wir schon genannt Loge und Großloge. Das sind wo die, die quasi Ortsverband ist dann die Loge und Großloge ist so der Dachverband. Und in den meisten Ländern gibt es mehrere Großlogen, aber es gibt seit 1929, um genau zu sein, gibt es zumindest von der englischen Großloge, die ja weithin, weil es so die Mutter der Mutter der Freimaurerei angesehen wird, so eine Regel. Sie erkennen nur eine Großloge pro Land an. Das hat zu verschiedenen Problemen geführt, auf die man nicht weiter eingehen muss. In Deutschland gibt es aber mehrere Großlogen. Großlogen, da hat man das ganz sneaky gelöst. Man hat dann einfach einen Dachverband der Dachverbände noch gegründet, sodass das trotzdem funktioniert. Und diese Großlogen, die unterscheiden sich dann und teilweise sehr stark nach ihrem Selbstverständnis, was für sie Freimaurerei bedeutet, und eben auch nach den Ritualen, die sie bearbeiten und nach den verschiedenen Graden, die in ihnen bearbeitet werden. Wir hatten jetzt gerade schon die große Landesloge der Freimaurerei von Deutschland genannt, mit zehn solchen Graden, also zehn Rangstufen, wenn man so will. Und am anderen Ende stünde die, heute heißt die so, die AFAM, also die alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland, nur drei Gerade-Kerne. Und diese drei Gerade, die sind sowas wie heutzutage die Basis aller Freimaurerei weltweit. Das sind drei, wie gesagt, drei Rangstufen, Lernen, Geselle, Meister. Man sieht da auch schon die Orientierung an diesen Bauhandwerk oder diesen Handwerkstraditionen. Wenn man in eine Loge aufgenommen wird, dann durchläuft man das Initiationsritual und wird zum Freimaurer Lehrling gemacht. Und dann, nachdem man eine Weide dabei ist, kann man die nächste Stufe erklären, sozusagen. Dann gibt es wieder ein Ritual, quasi so ein Rite of Passages, das je weiß. In die nächste Stufe dann der Gesellengrad und dann der Meistergrad. Der wird vielfach in Deutschland vor allem als Abschluss der sogenannten blauen Freimaurerei gesehen. Und das heißt, man ist als Meister so weit aufgestiegen, wie man als Freimaurer überhaupt aufsteigen kann. Das ist in Deutschland heute das Selbstverständnis. Die Hochgrade, die dann kommen, die sagen auch heute von sich, wir sind quasi thematische Vertiefungen von Dingen, die man vorher aber schon erfahren hat. Das war nicht immer so. In der Vergangenheit wurde das vielfach so gesehen, dass Hochgradfreimaurer sich dann tatsächlich gesehen haben, als wir sind noch einen Schritt weiter oder wir haben jetzt den eigentlichen Kern der Freimaurerei erkannt oder gefunden in den höheren Graden. Und es gibt wahnsinnig viele Hochgradsysteme mit wahnsinnig vielen Abstufungen und weiteren Themen und Motiven, die bearbeitet werden. Eben die Templertraditionen. Ganz bekannt auch aus Film und Fernsehen von Dan Brown ist ja der alte angenommene Schottische Rintus mit 33 Grad, also 30 auf den drei Basisgraden aufbauen. Und teilweise haben diese Hochgradsysteme untereinander dann auch abkommen, dass man sagt, okay, also was bei uns der 18. Grad ist, entspricht eurem 9. Grad oder so. Also da wird es dann sehr schnell sehr verwirrend. Deswegen ist es total nachvollziehbar, dass dann viele sagen, hä, was, da komme ich jetzt langsam nicht mehr mit. Wichtig noch ist, dass wieder dem Selbstverständnis der heutigen, der modernen Freimaurerei nahe, es nicht heißt, wenn jemand Meister ist, ist er irgendwie höher oder besser oder mehr wert als ein Lehrling. Also es ist nicht so, man darf sich das nicht vorstellen, wie dann so ein Ausbildungsverhältnis, wo der Azubi getriezt wird und der Lehrling darf irgendwie den Kaffee kochen und so. So ist das nicht gedacht, sondern das sind quasi rein auf die individuelle Entwicklung als Freimaurer gesehene Entwicklungsstufen und der Meister, der ist jetzt nicht deswegen mehr wert oder besser als der Lehrling in einer Lose. Ein bisschen erinnert mich das an beim Kampfsport zu Gürtelsysteme und natürlich wie beim Boxen gibt es in Deutschland verschiedenste Boxverbände, die jeweils ihren deutschen Meistertitel ausloben und du kannst quasi in verschiedenen Systemen aufsteigen und verschiedene Gürtel machen. Also es hat für mich so dieser, der Kampfsport hat, so die traditionellen Kampfsportsachen haben ja auch so ein bisschen dieses Lehrling- und Meistersystem drin. Und im Endeffekt bist du halt alle gemeinsame Vereine und es wird auch niemand schlecht behandelt, nur weil der jetzt einen niedrigeren Gurt hat. Du bist halt auch Teil des, hast das gleiche Hobby trotzdem oder gleiche Weltanschauung. Ja, genau, genau. Man sitzt im gleichen Boot sozusagen und jeder ist da individuell auf seinem eigenen Weg innerhalb des gleichen Kosmos sozusagen. Du hast auch darüber geschrieben, dass lange Zeit von der Freimaurerei aus auch eine Debatte darüber geführt würde, ob jetzt jüdische MitbürgerInnen Teil einer Freimaurerloge werden dürfen und es wurde schon angesprochen, dass lange Zeit Frauen ausgeschlossen waren von der Freimaurerei. Das heißt, hat das mit dem Menschenbild zu tun oder geht es da tatsächlich um diese, also gerade bei dem Judentum, um die spirituelle Komponente, die dann dem Einschluss im Wege stammt? Ja, das ist natürlich teilweise schwer zu trennen auch, aber also was das Judentum angeht, jüdische Freimaurerei in Deutschland oder im deutschen Rau ist das so, dass es ursprünglich daherkommt, dass alle Glogen im, so am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert sich als christlichen Verband im weitesten Sinne verstanden haben. Die hatten entsprechend dann auch die Regelung, das sogenannte christliche Prinzip, dass ihnen nur aufgenommen werden kann, wer ein Christ ist. Wie derjenige dann, dass das steht, was das für ihn bedeutet, das wurde nicht oder nicht immer weiter hinterfragt, aber das Bekenntnis, da haben wir es wieder als Bekenntnis zu Jesus Christus. Und das war natürlich einerseits sicherlich eine Hürde für, tatsächlich für Juden, die sich dafür vielleicht interessiert hätten. Zum anderen wurde es dann natürlich auch noch zur Hürde gemacht. Dann wurde gesagt, das wurde teilweise einfach als sehr bequeme Ausrede genommen für die eigenen Vorurteile und Ressentiments. Dann wurde gesagt, na, wir können gar keine Juden aufnehmen, Klammer auf, da sind wir gar froh drüber, Klammer zu, weil wenn er bei uns aufgenommen würde, dann wäre er ja kein Jude mehr. Und dann vermischt sich das eben genau um diese Zeitübergang vom 18. zum 19. Jahrhundert und dann im 19. Jahrhundert immer mehr mit dem modernen Antisemitismus, der sich ja ganz stark auch aus Nationalismus und modernen Rassetheorien und so weiter speist. Und da zumindest mein Eindruck, so versuche ich das zu argumentieren, schiebt sich dann immer mehr dieser Antisemitismus drüber über die eigentliche, über die Argumentation, die dann zwar noch beide halten wird, aber immer mehr bloß so mit Feigenblatt wird mit einer bequemen Ausrede. Und im 19. Jahrhundert haben wir dann aber auch zunehmend Großlogen in Deutschland, die von diesem christlichen Prinzip abrücken und mindestens die Jury anfangen, Juden auch in ihren Reihen aufzunehmen, was dann den Druck auf die anderen Großlogen erhöht, weil wenn es da Besuchsabkommen zwischen den Großlogen gibt, wie wir gerade gesagt hatten, also die meisten bei mir, die gelten auch als meiste bei dir in der Großloge, die können sich gegenseitig besuchen in den Logen. Und jetzt nimmt plötzlich die eine Großloge Juden auf und die andere Großloge sagt, wir können eigentlich gar keine Juden akzeptieren, was machen wir jetzt, wenn da plötzlich ein besuchender Bruder aus der trübigen Großloge kommt, der aber Jude ist. Also das verschärft dann die Konflikte natürlich nochmal und entsprechend auch die ideologische Auseinandersetzungen um die, in Anführungszeichen, die Judenfrage. In anderen Ländern war das alles ein bisschen entspannter. Klar, auch das wurde dann heiß diskutiert in Deutschland im 19. Jahrhundert, aber in England haben wir schon sehr früh aus dem 18. Jahrhundert Berichte von Juden, die in Logen aufgenommen werden und da ganz problemlos als Freimaurer anerkannt sind. Es gab ja auch Pnei-Britt, ich spreche jetzt glaube ich falsch aus, wie heißt der, quasi die jüdische Version der Freimaurerei, jetzt ganz flach gesagt, die dann, also die nach einem ähnlichen System organisiert ist, die jetzt nichts mit der Freimaurerei zu tun hat. Aber es gab quasi ja eine Alternative, die dann vielleicht auch mitgegründet wurde, weil eben der Zugang so schwer war. Genau, also ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, wie man es ausspricht tatsächlich. Ich glaube, das TH hinten raus ist so ähnlich wie das TH, aber das ist jetzt auch eher Spekulation meinerseits. Also Pnei-Briff oder Pnei-Dritt, genau, die entstehen auch im 19. Jahrhundert und die sind, ja, ich würde sagen so in der Struktur oder in den Motiven ein Stück weit angelehnt an die Freimaurerei. Ich weiß nicht oder mir ist nicht bekannt, dass sie ähnliche Rituale oder sowas in der Art betreiben. Das war tatsächlich dann eher so ein geselliger Verband, man muss da auch sehen, dass natürlich das ganze Verbandswesen, was auch ganz stark dann im Schlepptau der Aufklärung und dann im 19. Jahrhundert an Fahrt aufnimmt, teilweise inspiriert ist von den Freimaurer Lochen, weil die ja sowas wie Proto-Vereile darstellten, eben was wir vorhin schon hatten, die privaten vertraulichen Verbände. Und da würde ich dann eher Pnei-Briff einordnen, wobei sicherlich viele Juden das auch dann als, ich nenne es mal, Ausweich oder die Ausweichfunktion gesehen haben. Also in diesen Verbänden dürfen wir nicht Mitglied werden und das betraf ja nicht nur Freimaurer Lochen, sondern ganz viele andere Vereine damals auch. Und deswegen machen wir unseren eigenen. Und dass es bis heute besteht, Neidwirt, ich habe jetzt keine näheren Angaben dazu, welche Größenordnung ist es, aber auch als internationaler Verband. Mittlerweile gibt es ja auch Logen, also Frauenlogen, es gibt gemischte Logen. Das war ja auch noch eine große Frage, die sich in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat, ob Frauen dann auch Freimaurer sein dürfen. Also auch, genau, auch das ist eins der ganz heißen Eisen. Also ihr legt den Finger in die Wunde oder in alle Wunden, die es gibt. Genau, also mittlerweile, fangen wir mal so an, mittlerweile gibt es Frauenlogen, so wie es da eine Männerlogen gibt und es gibt auch gemischte Logen, also geschlechtlich gemischt. Und was ja auch in den letzten Jahren immer mehr Thema geworden ist, ist generell die Infragestellung von der binären Geschlechteraufteilung und auch da hat sich in den letzten Jahren einiges bewegt, insbesondere wieder in England, die tatsächlich da in vielen Dingen nach wie vor weltweit so ein Stück weit eine Leuchtturmfunktion haben, wo es eine neue Gender Policy gibt seit, glaube ich, fünf Jahren oder sechs Jahren, wo auch gesagt wird, dass eben auch für genderqueere Personen beziehungsweise Transmänner, Transfrauen es Möglichkeiten und Wege gibt, ganz regulär in der Freimaurerei natürlich aufgenommen zu werden oder auch wenn man als Mann in eine Männerloge aufgenommen wurde und aber dann die Transmission vornimmt, dass man deswegen nicht aus der Loge geworfen werden darf und dass man trotzdem als Frau gilt, aber dass man deswegen nicht aus der Männerloge geworfen werden darf. Das gilt in England zum Beispiel. Die große Frage, wie weit reicht das zurück, die ist jetzt wieder ein bisschen heikel. Also es gab in den letzten Jahren auch viel Forschung dazu, die ich nur in Teilen rezipiert habe tatsächlich, dass es schon im 18. Jahrhundert etliche gemischte Logenverbände auch gab. Es gab die Adoptionsmaugerei, wo Frauen zwar immer noch so ein Stück weit als Mündel oder so behandelt wurden, sie wurden eben adoptiert in Logen von männlichen Freimaurern, aber sie durften dann in den Logen als Freimaurerinnen, eben als Adoptiv-Freimaurerinnen sozusagen, mitarbeiten. Und was ich ganz spannend finde, es gibt sehr alte Dokumente aus der Frühzeit oder Vorzeit der Freimaurerei, die also teilweise als Quellen für die freimaurerische Tradition gelten, das Regis-Poem aus dem, ich glaube, späten 14. Jahrhundert und so weiter. Und da tauchen teilweise auch Formulierungen auf, wo man sich dann schon am Kopf kratzen kann, wenn dann von he and she die Rede ist, wenn eine Aufnahme in so eine Loge beschrieben wird, dann darf man sich schon fragen, weil ist das vielleicht, dieses ganze Frauen dürfen nicht, nur ein Produkt oder in erster Linie ein Produkt des 19. Jahrhunderts gewesen, das ja, wie wir wissen, ganz, ganz hinterher war, diese Geschlechtertrennung zwischen Mann und Frau aufzubauen, durchzusetzen und uns stark zu machen. Und dann auch so ein nationales Rollenbild irgendwie, was dann europaweit irgendwie verbreitet wurde, wo es vielleicht vorher viel mehr regionale Unterschiede gab oder auch andere, ne? Genau. So eine neue Normativität der Geschlechterrollen, die sich da irgendwie auch dann über die Kleinstarterei hinaus verbreitet. Genau, die natürliche Ordnung der Wels, die bürgerliche Familie, Mann, Frau und zwei, drei, vier Kinder, wie quasi wirklich zu so was, ja eben, die natürliche Ordnung der Welt wird so gesehen. Und entsprechend sind auch die Sphären von Mann und Frau getrennt zu behandeln. Und da gibt es dann auch ganz interessante, wieder, also ideologiekritische, weil es betrachtet ganz interessante Begründungen aus dem 19. Jahrhundert dafür, weil es die Diskussionen dann schon auch gab tatsächlich. Was ist denn mit Frauen, die sich dafür interessieren? Oder warum nehmen wir keine Frauen auf? Und da ist immer wieder die Begründung, dass Frauen ja eigentlich die Freimaurier gar nicht bräuchten, weil sie ja von Natur aus schon dieses menschlich, herzlich, warme, spirituelle, religiöse, mütterliche haben. Und Männer, die sich in der kalten Sphäre des Lohnerwerbs zu werden müssen, die brauchen einen gesonderten Raum, ja, abseits von der Familie, aber abseits auch vom Beruf, wo sie so diese Geselligkeit und diese Herzlichkeit und Wärme leben und entwickeln können. Du hast auch in der Gruppe geschildert. So könnte man es sagen, ja. Ein guter Grund der Frau zu sagen, ich muss jetzt zu meinem Verein, Schatz, und ich weiß, du würdest auch gern Mitglied werden und die Kinder mitbringen, aber du darfst leider nicht. Es gibt ja so ganz alte Regeln von König Salomo. Es ist leider, der muss. Ja, Schatz, du bist halt schon ein guter Mensch. Ich muss da noch hin, damit ich das werde, was ich schon bist. Aber eigentlich wäre relativ, also eine Schlau, da hat sich jemand viele Gedanken gemacht, wie er das am besten verkauft. Ja, definitiv. Du bist schon perfekt und ich als unfertiger Mensch muss mich noch zu etwas Besserem bilden, aber du als Perfekt, finde ich eine extrem spannende Argumentation. Denke ich mir auch. Die merke ich mir auf jeden Fall. Ja, genau. Ich fand es auch spannend, du hast da geschildert, dass es dann in einigen Logen so was, gerade weil die Frauen natürlich auch ein Interesse daran gezeigt haben, was ihre Männer da eigentlich die ganze Zeit machen, dass es so was wie Besuchsabende in manchen Logen gab, in denen ein abgeändertes Ritual vorgeführt wurde, also nicht diese Geheimrituale, die nur unter Männern dann auch durchgeführt werden, sondern dass da so eine, ja, für diesen Abend eine besondere Zeremonie geschaffen wird, um den Frauen zu vermitteln, was man da eigentlich macht, ohne an dieses Geheimnis zu rühren, dass man, dass dann die Männer doch nur untereinander teilen. Also praktisch so ein kleines Schauspiel für den Besucherabend, dass die Frau sich vielleicht keine Sorgen macht, auf welchen Abwägen da jemand geraten ist, sondern einfach ein Verständnis davon hat, worum es in der Freimaurerei geht, ohne tatsächlich zu zeigen, was denn tatsächlich geht. Also leicht abgeänderte Ritual. Ja, ja, genau. Vielleicht ist das auch ein guter Punkt, um grundsätzlich noch das aufzumachen, weil wir bei Ritualen ja jetzt schon hatten und gerade, was ist jetzt eigentlich geheim an der Freimaurerei? Also dieses Bild, die Freimaurer sind so Geheimniskräme und Geheimnistur, das ist ja nicht grundsätzlich falsch. Da haben die schon sehr viel mit dran gewirkt, dass das so entstanden ist und sich so hält, weil es gibt das, was Freimaurer dann als Arkanon bezeichnen, eben also das Geheime. Und das umfasst eben die Rituale, die Ritualtexte, die Ritualdramaturgie, all solche Dinge. Es umfasst auch die geheimen Erkennungszeichen. Das klingt wieder nach viel mehr, als es ist. Oder es gibt ja auch Monty Python-Sketcher dazu, der geheime Handshake, der Freimaurer oder ähnliches. Genau, all solche Dinge oder geheime Passwörter, um den Zugang zu den verschiedenen Ritualen zu erhalten. Das sind natürlich alles in erster Linie symbolische Praktiken. Und die werden auch eigentlich heutzutage nur noch deswegen geheim gehalten. Oder man wird als Freimaurer nur noch deswegen zur Verschwiegenheit da gemahnt. Ja, also man könnte sagen, aus Traditionspflege. Weil wenn einem das wirklich interessiert, dann geht man irgendwie in die Staatsbibliothek oder ins Archiv und liest sich das alles durch, beziehungsweise heute im Internet auch. Da ist dann eher die Schwierigkeit einzuschätzen, ist das jetzt wirklich ein Freimaurer-Ritual oder hat das irgendein Verschwörer, Verschwörungstheorität hier gerade erfunden. Aber genau, damals wurden für Freimaurer selbst bedeutet das sehr viel, diese Unterscheidung zwischen der Arkanensphäre, dem, was man geheim hält und dem, was man quasi nach außen zeigen und präsentieren kann und darf. Und wie du gesagt hast, die Frauen, die werden dann regelmäßig, im 19. Jahrhundert entsteht diese Praxis, die Schwesternabenden eingeladen. Denn so wie die Freimaurer sich gegenseitig als Brüder verstehen, also die männlichen Freimaurer sich als Brüder verstehen, so werden dann die Ehefrauen der Brüder als Schnistern angesprochen. Also auch da schon so eine Einbindung in diesen Kreis, auch wenn Sie nicht im innersten Zirkel dazugehören dürfen, trotzdem diese Einbindung in die Gemeinschaft. Und bei den Schwesternabenden führt man dann eben eine Art Pseudoritual auf, um zu zeigen, wie sieht sowas grundsätzlich aus, da passiert nichts, da werden keine Jungfrauen geopfert ohne die echten Rituale zeigen zu müssen, weil die ja geheim sind. Und auch spannend ist, dass bei diesen Schwesternabenden immer wieder Ansprachen an die Schwestern stattfinden, wo ihnen erklärt wird, dann auch noch in Worten erklärt wird, was die Freimaurerei ist und dass sie ja dafür da ist, die Männer quasi zu guten Männern zu baten und welchen Vorteil das eben auch für die Frau und die Familie hat. Und eben diese Umschmeichelung, nenne ich es jetzt mal, der Damen, sie brauchen das ja nicht, weil sie schon so gut sind, die taucht ganz, ganz oft in diesen Ansprachen auf. Also das ist so die Hauptquelle für das, was ich vorher erzählt hatte. Und falls unsere ZuhörerInnen im Internet auf geheime Freimaurerrituale erstoßen, sobald dort Kinderblut oder Jungfrauenblut getrunken wird, hat man es meistens mit einer Verschwörungsserie. Da kann man voll ausgehen, ja, definitiv. Das ist ein gutes Erkennungsmerkmal. Ja, aber die echten Fragen, also das finde ich, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Also wenn man, also das ist ja so die Frage, gibt es, also gibt es das Freimaurer Geheimnis noch nach so vielen Generationen von Brüdern, die, wenn du so einen Geheimverein hast, dann hast du halt in jeder Generation mindestens einen skandalösen Austritt, der dann sagt, er macht jetzt ein Bestsellerautor, ein Buch daraus und verkauft jetzt das geheime Wissen, was er vorher in diesem Bund mitbekommen hat, jetzt, das ist ein Verkaufsschlager, wenn ich das irgendwie den Leuten quasi jetzt, ja, veröffentliche. Und da gibt es dann natürlich, wie du gesagt hast, Abstufungen zwischen Tatsachenberichten vielleicht und wildem Pulp Fiction Gedöns aus dem 17. Jahrhundert, wo je mehr Sex und Blut eben darin vorkommt, sich das Buch besser verkauft. Das muss man eben auch marketingtechnisch betrachten. Und tatsächlich geben viele echte Freimaurer Riten wahrscheinlich nicht so viele her. Also die Fantasie der Menschen hinter der so, auf der anderen Seite der Tempeltüren ist eben oft viel fantasievoller und blumiger, als es vielleicht die echten Rituale hergeben. Und das dann eben bei diesen, es gab die von Taxil, diese berühmten, also ganz viele Beispiele, quasi immer diese große Enthüllung, ich habe jetzt das Geheimnis, sie haben doch was mit dem Teufel zu tun und am Ende ist das halt, ja, substanzloses Zeug. Und wenn man wirklich sich dafür interessiert, kann man das, glaube ich, rausfinden, wie du gesagt hast. Und dann wird man sich dem Ganzen, glaube ich, aber auch mit einem gemäßigten Interesse irgendwie nähern, keine Ahnung, und nicht mit dieser Sensationslust, die eben oft diese scheinbaren Veröffentlichungen begleitet hat. Das ist mir aufgefallen, als ich die so nach und nach durchgeguckt habe. Ja, also genau, ich würde auch sagen, es gibt schon, wir haben das jetzt wieder, es gibt so viele verschiedene Rituale und Ritualsysteme, die dann auch sehr, sehr unterschiedlich viel Theatralik, nämlich mal, in jede Rituale einbauen. Aber runtergekommen, sind die meisten Rituale tatsächlich einfach Wechselgespräche mit festgelegten Rollen und einem festgelegten Text. Und die sind ziemlich unspektakulär. Also in dem festgelegten Text kommt nichts vor von morgen stürzen wir die BRD oder übermorgen übernehmen wir die WHO oder sonst irgendwas. Das sind Wechselgespräche, die bestimmte, dann immer wieder Bezug nehmen auf bestimmte Stellen, zum Beispiel aus der Bibel oder Ähnliches, Mythologie oder Pythagoras etc., je nach Grad und Ritualsystem. Aber es gibt natürlich schon Stellen oder Rituale, wo es ein bisschen theatralischer wird. Aber auch da ist es so, wieder, wie du gesagt hast, mit welchem Auge schaut man drauf. Also auch da wird man jetzt nichts finden, wo irgendwie auch nur symbolisch eine Jungfrau geopfert würde oder sonst was. Das gibt es nicht. Aber trotzdem, mit welchem Auge schaut man drauf. Und das ist wieder, auch wenn der Vergleich zu organisierter Religion von Freimaurern eher abgeniehnt wird und sie darf auch Gründe dafür haben, natürlich, würde ich sagen, wie würde man das Abendmahl beschreiben? Ja, dann gibt es da irgendwie die pseudo-psychoanalytische Deutung, die dann gerne so effektascherisch von rituellem Kannibalismus spricht. Okay, kann man sagen. Beschreibt das aber das, was ein Christ jetzt wirklich damit verbindet, wenn er das Abendmahl durchläuft? Nein, überhaupt nicht. Also wieder, mit welchem Blick schaue ich drauf? Bin ich eher drauf aus, jetzt irgendwie ein blutrünstiges, schreckliches Geheimnis am Kern des Ganzen zu finden? Oder will ich quasi mit so einem Anthropologie-Blick verstehen, welche Bedeutungsebenen sind damit reinvermogen und was bedeutet das für die Teilnehmer an dem Ritual eigentlich? Ja, so viel zur ersten Folge zur Freimaurerei. Wie angekündigt, wird es ein Dreiteiler und der bis zum ersten Teil gehört. Nächste Woche kommt der zweite Teil raus und dann in zwei Wochen der dritte Teil. Im nächsten Teil geht es vor allem um die deutsche Freimaurerei zwischen den Weltkriegen und davor und bis zu ihrem Verbot dann im Dritten Reich und ein bisschen auch um die Freimaurerei seitdem in Deutschland. Und im letzten, im dritten Teil, das kann ich ja schon mal ein bisschen antiesern, wird es vor allem um Verschwörungstheorien gehen und den Zusammenhang zwischen den Verschwörungstheorien, Antimasonismus. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank an alle unsere Patreons, die uns unterstützen. Falls ihr Lust habt, uns zu unterstützen, wir haben einen Patreon. Wir freuen uns sehr über jeden, der uns dann ein Bier kauft, also jedem von uns ein Bier oder ein Bier für uns drei zusammen, je nachdem. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. 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 Zuhören.